Hallo, grüß euch zum heutigen Video von Click & Smile Fotografie. Heute geht es um die Grundwerte der Fotografie und zwar Belichtungszeit, ISO und die Blende. Wir beginnen mit dem einfachsten dieser drei Werte. Das wäre der ISO-Wert. Was ist der ISO-Wert? Der ISO-Wert beschreibt die Empfindlichkeit des Sensors an der Kamera. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor und desto heller wird das Bild und je niedriger er ist, desto unempfindlicher und dementsprechend dünkler wird das Bild. Beispiel ISO-Wert 200 ergibt ein dünkleres Bild als ein ISO-Wert 800 Bild. Immer unter der Voraussetzung, dass die anderen beiden Welte nicht geändert werden. Aufpassen muss man vom ISO-Wert auf das Bild rauschen. Das ist vor allem bei günstigeren Einsteigerkameras der Fall. Je höher der ISO-Wert wird, desto mehr Bildrauschen entsteht im Bild. Bei den höherpreisigen und Profi-Kameras ist das Problem noch nicht mehr so. Da kann man schon ein bisschen mit dem ISO-Wert drauf fahren, bevor das Bildrauschen einsetzt. Wert Nummer 2, Belichtungszeit. Auch ganz klar, je länger man belichtet, desto heller wird das Bild, je kürzer man belichtet, desto dunkler wird das Bild. Als Beispiel fotografieren wir einen Fußballer, der gerade einen Ball schießt. Der Ball ist leicht unscharf. Man sieht, dass es einfach zu lang belichtet ist und dabei schon eine Bewegungsunschärfe aufweist. Was machen wir? Wir gehen mit der Belichtungszeit hinunter. Belichten statt als 500. Sekunde zum Beispiel 1.000. Sekunde, also halb so lang. Das Bild wird dann automatisch dünkler werden. Was kann man tun? Zum Beispiel ISO-Wert wieder nach oben und das Bild wird wieder angehellt und hat wieder die gleiche Helligkeit wie zuvor. Der letzte Wort, die Blender, ist das umfangreichste der drei Welte, werde ich im nächsten Video ein bisschen genauer drauf eingehen. Also schaue ich jetzt mal wieder rein, da geht es dann um die Blende. An dieser Stelle sei gesagt, je niedriger der Welt ist, desto mehr Licht kommt durch und desto heller wird das Bild. Und je höher der Welt ist, desto weniger Licht kommt durch und desto dünkler wird das Bild. Also ist ein bisschen verkehrt rum, ein bisschen eine Zwickmühle. Muss man sich einfach auf dem Hinterkopf behalten, dass zum Beispiel Blende 8 mehr Licht durchlässt und ein helleres Bild ergibt als eine Blende 8, wo einfach weniger Licht durchkommt. Kann man es auch so vielleicht merken, wenn wir hier eine Blende 8 haben und wir erhöhen auf Blende 2,8, geht die Blende auf und es kommt mehr Licht durch. Und gehen wir nach Blende 10 zum Beispiel, dann wird es wieder geringer. Die Blende wird kleiner, das Loch wird kleiner, durch die das Licht durchscheinen kann und wir haben insgesamt wieder ein dünkleres Bild, wo man dadurch mit den anderen 2 Reiten, Belichtungszeit und Iserreiten, wieder gegensteuern kann. Aber das wird dann ein Thema in anderen Videos sein. Wie gesagt, nächstes Video, die Blende, da gehen wir genauer drauf ein. Wenn euch das Video heute gefallen hat, würde mich freuen, wenn es einen Daumen nach oben gibt. Abonniert den Kanal, dass kein Video mehr verpasst. Zusammen lernen wir ein bisschen das Thema Fotografie kennen. Würde mich freuen, dass das nächste Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Ciao.